Fifty Languages Seventy-six Sechsundsiebzig Sechsundsiebzig Giving Reasons to Etwas begründen, zwei Etwas begründen, zwei Why didn't you come? Warum bist du nicht gekommen? I was ill Ich war krank I didn't come because I was ill Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war Why didn't she come? Warum ist sie nicht gekommen? Warum ist sie nicht gekommen? She was tired Sie war müde Sie war müde She didn't come because she was tired Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war Why didn't he come? Warum ist er nicht gekommen? Warum ist er nicht gekommen? Er hatte keine Lust Er hatte keine Lust Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte Why didn't you come? Warum seid ihr nicht gekommen? Warum seid ihr nicht gekommen? Our car is damaged Unser Auto ist kaputt Unser Auto ist kaputt We didn't come because our car is damaged Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist Why didn't the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen? Warum sind die Leute nicht gekommen? They missed the train Sie haben den Zug verpasst Sie haben den Zug verpasst They didn't come because they missed the train Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben Why didn't you come? Warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen? I was not allowed to Ich durfte nicht Ich durfte nicht I didn't come because I was not allowed to